Marco warte, warte Ich find das so witzig Hier, dann kannst du ne Runde baden Nein, nicht die Stelle Schaffst du es denn, Marco? Kann ich mich da drauf stellen? Aha Irgendwie nicht Oh, ich zerfe Ah, ist aus Ich wusste es Ich wusste es Ich wusste es mal Aua Marco Ich wusste es aus Ich wusste es nicht mal Beabsichtigt Ja Diese Lache Ah man, ich will wieder leben Wo bin ich? Na hier Ich springe auf den Köppen rum Ich springe auf den Köppen rum Auch ne, ewig zum Explodieren Ich weiß, ich will sie auch nur kaputt machen Alter Ja Die Lanze Das ist ja nichts zum Wiederbeleben hier Nein Kann man nicht das Wegelchen da drauf fahren? Das war es zum Wiederbeleben Alter Habe ich dich noch getroffen? Ja WTF Ah ja Hier ist der Boss Und das ist voll der Noob-Boss Wie die anderen auch Werde nicht verreckt jetzt, nur weil ich es gesagt habe Was ist da gerade in mir explodiert? Alle Pfeile Nein, der Kugel Nein, das hat mir Schaden gemacht Anscheinend machen die Kugeln Äh, explodieren die Jo Lol Ne Ah ne, von hier treffe ich nicht Hauptsache, der halbe Wagen fällt um Hä? Ja, genau Die Seile sind auch nice Auf der Kugel Oh nein Nein, da ist nix Halt Bleib stehen Und hör zu Wir haben die Margaret Voll die Gay-Stimme Oh, Mordeus Wusst du was? Margaret Oh, wo zum Teufel warst du denn? Sprich Und zwar schnell Der Lindwurm wird sich um euch kümmern Ich wünsche einen guten Flug Oh, jetzt begreif ich Du inszenierst das hier nur, damit ich nicht länger böse mit dir bin Hä? Und denk dran Kommt nicht zurück Sonst ist die Freude Das könnte Jan sein Gute Reise Wohin auch immer Und bring endlich das Weib zum Schweigen Der Wivan oder der andere Kobold Was? Wohin bringen sie den Wivan? Also könnte Jan der Wivan sein oder Der Kobold Ich bin die Wagen Ach, das sind Lindwurme Ach Wurde bestimmt schon dreimal gesagt Der Lindwurm wird sich um euch kümmern Und die fliegen mit dem Teil da weg Jan und ich fliegen in einer Hand, Robin in der anderen Hand Hauptsache In der Robin-Hand ist mehr als bei uns beiden Jan In einer staubigen Einhöhle zurück In der Hose nicht Ich mein, bei Jan in der Hose ist mehr als bei Robin in der Hose Das weiß ich auch so Ja Hast du mit Marco in deinem Bett geschlafen? Gut, dass das alles auf Video ist Jan, du weißt, dass mich das nicht stört, ne? Nein, schade, du fällst so lange im Lob in die scheiß Blase Wab dat denn? Ich bin nicht gebaggt, Jan's Blase hat mich hochgebracht Das ist ein Kaktus Kennst du Kaktus? Kenn du deine Mom? Kenn du meine Mom? Nein Ja Aua Du wird genau das gleiche machen Ja, du Huren, jetzt block mich ja, Alter Ich hab mich selber geblockt Alter Ich hab mich gebraucht Scheiß Gummifurm da Ein gleißend, heißer Windstrahl Pfff, er rennt einfach durch Das war ein Manko, ne? Nein, wick dich Wack dich Hä, er muss das doch machen, du Idiot Ja, das bringt doch nichts, ja, dann bist du behindert Ja, das muss dahin Das wobbelt voll Vorsicht, Ball Ah, super Nein, ich komm nicht mehr durch Ich wusste, dass er verreicht Widerbleib mich mal Achso, ja Alter, wer ist jetzt gestorben, ne? Ich heiße ja nicht Jan Nicht? Bist du direkt wieder da runtergesprungen? Bist du auf Jan Robin? Nein, das bin ich nicht Natürlich Ja, f*** dich Nein Wie gut wird er Hammer, ah, gib weg, Wand I don't see anything Guck mal, der Boden, Alter Wie es spiegelt Guck mal, wie der Boden spiegelt Das sind Mongoliten hier Weißt du, wie er da in Zeitlupe wegfliegt, ey Was pisse ich hier raus, du scheiß Leiche Wie er da hängen bleibt Warte, 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 warte Mach nochmal runter Mach nochmal runter Das müssen wir eh runter machen Wow Alter Ja Marco Da oben ist was für Jan Das war echt knapp Geh noch weiter runter, komm Nein Geh mal hoch nach rechts Mach die Platte Warum ist die Tür kaputt? Warum kann ich nicht die Tür öffnen? Wir müssen nach oben gehen Da ist ein Checkpoint Aber ich weiß nicht, wie wir da kommen Ja, ich weiß ja wie Hier ist ein Button in der Wall Aber der Button kommt nicht mehr raus Warum Wie hast du Reding so Many Bullshit Oh, Many Button Achso, ja Bisse Nein Alter Das ist ja lustig gewesen, wenn die jetzt gekommen Worauf in der Regen gelaufen Gekommen Aha, okay Aha, hier kommt man nicht rein Das Reichtum und Schatztum Ja, man kommt nur nicht rein Das ist Schatz und Reichtum Reichtum und Schatztum Jan, los Kirmes Oh, nein, das ist los Ey, mach, bewegst du das, du Arsch Ja Lass mal, lass mal, mach mal langsam Rasta Populus Rasta Populus Rasta Populus Warte mal, mach mal, mach mal, mach mal, mach mal, beweg das nochmal Wie geht das nochmal? Wie geht das nochmal? Beweg das nochmal aber ich komme hier auch nicht mehr raus ich komme mal kurz zurück Ah Jan ist hier, komm Marco, komm schnell Hammer ist drüber geflogen, so ein Shit Marco, was machst du da? Ja da rechts ist doch einer Oder muss Jan hoch? Feel the Rush aus dem Popoloch Das ist so geil Feel the Rush aus dem Popoloch Ja oder Ja, das ist auch komisch War mal Sag mal Jan Was machst du? Kacktee Warum hängt da ein Stachel im Kaktus? Ich dachte früher immer das heißt Kaktusse Feel the Rush aus dem Popoloch Aua Wie kommen wir da hin? Wie kommen wir da hin? Hahahaha Ich fühle mich selbst Jan, das ist eigentlich dafür gedacht um jetzt drüber zu springen Lass mal, lass mal, lass mal, lass mal Warte mal Alter Oh ja, Mann, Teamwork Guck dir Der Boss Oh Gott Ah, da ist hier der Boss Er rennt einfach immer rein, ne? Ich hab den nicht gesehen, ich dachte deswegen so ein Gebäude und so Das dich bewegt Marco, wie ging das nochmal? Wiederbeleben Ja, Marco ist ja dabei Muss ich wiederbeleben, dann ist der Boss besiegt Nein, was musste man hier nochmal machen? Warte, mach mal ganz runter Feel the Rush aus dem Popoloch Das ist jetzt glaube ich Schieß mal dein Dings an Ja, aber das ist jetzt für einfach Das macht dem nichts Aber ich weiß nicht mehr was dem was macht Musst du den irgendwie vorlocken? Ja, du musst den angreifen lassen und dann musst du den schlagen Nein, 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 so nicht Der kann hier dann reinhauen Na, Robin, warte, ich bin dir blücklich mal kurz Ach, stimmt, der muss hier in den Boden hauen, ne? Ah, warte, soll ich dann Slow-Mo da reinhauen, damit der langsamer zuschlägt? Passt schon Nein, Marco Nur irgendwie will der grad nicht Ich glaub die End Unentwirrbare Dingensend Gerade wo es lustig wurde Geh! Geh weiter! Ja Wollte ich eigentlich nur, ich bin zurückgeschlittert Wow, Alter Kann man den auch töten jetzt? Ich denke nicht Ne, der ist unbesieschbar Unbesieschbar ist der Ja, ich steh hier noch Direkt hinter das Skorpion, Alter Marco, ich brauch dir ne Hilfe Hilfe? Was ist meine Hilfe? Ja, weil er da nicht über den Kaktus kommt Von mir aber grad nicht zu gut Der Skorpion lässt uns Aua Der Skorpion lässt uns nicht Dann hab ich Dann hab ich Sen, I have Problem Ah ja Ja, okay, geht weiter Wie er gestorben ist Ja, weil Marco das Ding auf einmal runterzieht, wenn ich drauf landen will Hä? So, auf dem Ding sollst du landen Ja Ja So ein Kaktus her Der Lanze Hier auf der Lanze gelandet Dann ziehst du das Ding runter, du Held Aua Aua Alter, ich stehe nicht gut Was war da oben nochmal mit der Light?